Was war das für eine Runde, Freunde? In der letzten Folge. Jo, Geil! Haus, Allah! Leute, Haus, Mann! Das ist unsere Map. Ob da Full House gedreht wurde? Wenn wir heute wieder als Team agieren, wir sehen es in dieser Folge. Oder meinst du Full House? Ne, aber... Sind wir gehyped oder was? Sind wir gehyped nach der Runde? Nach der letzten Folge, Freunde? Ist... So. Alles klar. Das ist mal eine Ansage, ne? Ja, durchaus. Merkel regiert nochmal. Boah, wie? Die Merkel geht nochmal ans Ruder, ne? Wer soll das denn sonst machen, ne? Wer soll das denn sonst machen, ne? Tobias Fullk? Boah, den will ich so von wählen, ne? Let's make Deutschland great again, Anna. Zieh jetzt eine fette Mauer um den Osten rum, weißt du? Hat da noch nie einer gemacht. Das freut bestimmt ganz gut den... Make Osten great again. Jörg. 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 Ja, der kriegt ein Visum für Deutschland dann. Ja, der Jörg, der ist Elite. Garage ist einer. Okay, Garage ist Action, oder was? Garry. Okay, ja, Garage ist Action. Geisel, Leute, ne? Patrick, Geisel. Bestätigt. Na was, wir spielen Geisel? Oh nein, wollen wir rausgehen? Nein! Das ist Haus, Tobi, das müssen wir... Das müssen wir ausnutzen. Ja, aber das Patrick und Geisel, das ist... Du weißt doch, was da passiert, Curry, ey. Was ist jetzt los? Nein, wir sind doch ein Team, ey. Halt. Oh, nice. Ey, Dennis, du kannst jetzt richtig fett da rein brainen, ne? Ja, brain. Brain. Hier, Termite auch noch. Brainen, Alter. Brainen. Brainen. Du kannst jetzt schön... Die Garage da oben, da kannst du so ein Loch reinmachen, da kann ich nämlich dann runterseilen. Oh, geil, Curry, ey. Einen abseilen, Alter. Ich salte gern einen ab. Wir gehen von oben, oder was, Tobi? Von oben willst du gehen, oder was, Tobi? Warte, 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 noch nicht, noch nicht. Nicht springen, Patrick! Nein! Nicht springen, Patrick! Du sollst doch gar nicht sprengen! Mach das weg, nimm das weg. Mach das weg. Mach dein Gesicht weg. Nimm das weg, Patrick, genau. Du kannst das andere Garagentor. Patrick, hält mal bitte das Fenster hier oben. Ja, ja, können wir gleich machen, weil ich guck mal, ob hier noch einer ist, Tobi. Besser im Fitnessraum mal gucken. Ja. Ist blockiert. Scheiße. Fitnessraum ist sowieso einer. Tobi, warte, Dennis, du brauchst das gar nicht so fett machen hier, Alter. Wir brauchen eine EMP, Tobi. Nee, Erdgeschoss ist frei, Tobi, glaub ich. Warte, ich hau denen mal grad schnell eine EMP da vor die Nase. Unter der Treppe links unten sitzt einer. Sag mal, wenn ich sprengen soll, Brunze. Ja, wir können jetzt, probier mal hier reinschmeißen. Wir können jetzt sprengen, ja. Wenn du zu mir kommst. Ach nee, mach du mal da, spreng einfach. Okay, go. Dauert immer Moment. Jo, nice. Okay, Patrick, du hast oben das Fenster hier, ne? Ich hab das Fenster, ja, hab ich immer noch. Nice, Patrick. Vorsicht, hier oben ist die Kaviera. Oben, Erste. Erdgeschoss. Klappcurry? Oh, die ist hinter mir. Hier, die ist da, wo wir gesprengt haben, Brunze. Da, wo wir gesprengt haben. Ich hole sie, ich hole sie, weiter. Die will mich aushören, die will ich aushören. Die liegt da. Ja, geil, Alter. Oh, Alter. Wo wir die dich holen wollte, Alter. Die alte Drecksau. Boah, Alter. Schönen Curry. Unten ist hier noch der Frost. Nee, ich hab nix. Alles gut, alles gut. Der war hier vorhin unter der Treppe. Ich weiß nicht, ob der da immer noch ist. Ich kann ja mal übers Treppenhaus vielleicht gehen. Oh, oh. Ja, genau. Komm du mal Treppenhaus, komm. Und wenn die dann hervorkommt, dann hole ich mir die. Bam. Jetzt ist offen, Kevin, ne? Pass auf. Und es auch mal. Gebatte ich, wenn du willst, kannst du links sprengen. Ist der aus, Tobi? Bis jetzt ist hier niemanden. Bis hier unten keiner mehr? Ich weiß auch nicht, warte mal. Ich weiß, ob Fitnessraum einer sitzt. Unten ist halt Ziel, ne? Fitnessraum, ne? Fitnessraum ist, glaub ich, klar. Ich geh rein. Ja, komm, komm, komm. Ist nix. Alles safe. Ja, da sind Löcher an der Wand, aber die sehen da, glaub ich, nix durch. Wir können hier jetzt reingehen, Tobi. Ich hab den Sledge dabei. Okay? Halt dich mal bereit. Ich mach hier ein fettes Loch ein. Ich spreng hier auf der anderen Seite. Warte. Machen wir gleichzeitig. Ach, ich schieß da schon durch. Ah, fuck. Achtung, ich sprenge. Mach, mach, mach. Ach, der war hier hinterm Auto. Scheiße. Einer ist noch in der Garage drin, ne? An dem anderen Garagentor. Oh, ja, oh, ja. Okay, Leute, wir müssen, wir müssen. Ich kann's machen. Komm, 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 ein bisschen. Oh, das war kacke. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Fünf Sekunden. Ich bin drin. Ah, du musst agieren. Zwei Sekunden. Scheiße. Nein. Oh, wir haben, wir haben die Uhr. Ach, das war da hinten. Ja. Nein, ich dachte, das wäre in der Garage gewesen. Oh. Ist aber, glaub ich, auch mal zurückgegangen, oder? Fuck, Alter. Pfff. Was ist das, ich sag nur eins? Kann doch mal was sein. Hey, Leute. Was wollen wir nehmen? War ein guter Vorstoß, aber leider ein bisschen. Ich stoße noch mal. Hauptschlafzimmer? Ja, ja, go, go, go. Ja, ja, haupti. Ja, haupti. Ja, haupti. Ja, haupti, Alter. Okay, ich nehm Medic mit. Hm, 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 hm. Hauptschlafzimmer, oder was Dennis? Hm, hm. Geil, ja. Ah. Oh, haupti, ich will zum. Mach. Was ist los? Komm, was war das immer mit den Hähnchen da? Wo waren wir mal hin? Was war das immer? Wir haben immer in Spiel mit Hähnchen mal gespielt. Was ist mit Bad-Hähnchen, ne? Da haben wir da immer so Hähnchen nachgemacht. Ja, ist er mal hinten. Okay, jetzt gehts wieder nice. Der Zorn war grad ein bisschen komisch. Was ist los, Toby? Kann jemand mal ganz kurz der NITO-Handy hat? Ja, 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 Dennis, komm her Schinko-Fobie, my friend Ah, das war GTA Online-Curry Ja, ja, den Kran, den Hahn aufgefuckt Ey, in Warschox 2 kannst du sogar einen Kran steuern, ne? Das ist voll geil, da kannst du dich da reinsteuern Das hast du dir nicht schon immer gewünscht, ey Ey, Junge, ich bin voll ausgeflippt, als das geklappt hat Ja eben, allah, würde ich auch, ey Ein ganzer Mundschau mal nass Ey, man kann sagen, was man will, ne? Aber Ubisoft hat in letzter Zeit keine Spiele am Start, ey Auf die Sekunden, doch Ja, ab geht's, Leute The Division ist jetzt auch endlich mal ein cooles Update Ist noch nicht gesaved, ne? Aber The Division ist tot, glaub ich Ja, ja, aber das Update kommt zu spät Das Update kommt viel, 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 viel zu spät Wie das Survival-Ding Aber ich freu mich trotzdem auf Wild-Life, du siehst Heißt das, Wild-Life? Ne Heißt das, Wild-Lands Wildlands, genau Da freu ich nix Ich auch, ey, wie eine Spitze hinten Ich kenne ein Pornofilme Hehhh Hehhh Tobi hat! Hehhh Äh, äh He Boah, ich bin so schade, dass man die Lichter hier nicht ausschießen kann, ne? Ja, boah, ich weiß, Blinter-Sell, ne? Das ist ja so geil, Alter Ok, da brennt er sich schon rein. Ah, mein Fenster. Vorsicht! Ich um mein Holz. Oh ne, ich saß jetzt im Auto, da kam das auf einmal mit dem Radio, Alter. Was ist das für ein Song? Das ist doch geil, Alter. Am Fenster hat sich gerade abgeseit. Am Kinderzimmer ist auch einer. Dennis, bei dir ist irgendwo action, hat die Kamera kaputt geschossen. Ja, ja, ich weiß wo. Kinderzimmer. Spielertraum ist der. Der war oben auf dem Dach, oben drüber gerade. Ist er noch nicht drin, ne? Ne, ne. Oh, dieses Scheißloch hier. Das Fenster, Curry, ne? Ich hasse das, ey. Ja, deswegen. Am Lamellenfenster, Lamellenfenster, Lamellenfenster. Lamellenfenster. Ist noch niemand. Oh, bei mir gibt's Action hier. Kinderzimmer auf. Boah! Hey, vom Badezimmer aus. Zeig doch. Tobi, nicht, nicht facen, der kommt rein, der kommt rein. Oh, da sagt mal jemand, das da offen ist, man. Hab ich doch gesagt, Curry. Oh, die go. Alles klar, Curry kann man nicht. Der muss ja reinkommen hier, ne? Double D. Abfahrt, f*** dich, scheiße. Okay, Leute, die müssen reinkommen. Spiel auf Zeit, Bonze. Spiel auf Zeit. Ja genau, Patrick, die kommen jetzt rein. Einer kommt doch aus dem Keller unten. Patrick, mach das Schild weg, Alter. Die sind da so... Ah, komm ey. Deck dir jetzt. Auf Zeit, auf Zeit, einfach auf Zeit. Bei mir hat der ein Schild in der Hand. Der ist drin in der Geiselraum, Patrick. Gut. Ah, egal. Fuck. Okay. Da ist er drin, da machst du nix, ne? Leute, guck mal, wir haben gelernt, 0-3 heißt gar nix, weißt du? Heißt gar nix. Guck mal, bei mir hat der ein Schild in der Hand. Mal ne Frage, wie haben wir eigentlich letztes, das letzte Match? Machen wir, sind wir grad an der Siegesserie an oder haben wir verloren? Hä, wir haben doch letztes Match kam weg an. Wir haben doch mega kam weg gemacht. Nein, das Match davor, meine ich. Ja, das gewonnen. Das vorvorletzte. Das weiß ich gar nicht. Ach so. Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Siegesserie ab dieser Session. Warte, Tobi? Tobi? Mit seiner Siegesserie. Tobinado FP, lass mal abonnieren. Alle auf. Tobinado FP. Sein Hirn war doch sehr beschränkt. Hä? Sagt ja der Gummipuppe auf Desk gedreht hat. Das ist das Werk des Jahrhunderts. Er läuft in nem Video vorwärts, aber im Hintergrund läuft rückwärts, so weißt du? Hä? Das ist krass. Das ist cool. Da sagt er so 6 Uhr morgens, oh, es wird gleich dunkel. Hä? Oben Schlafzimmer. Schlaffi, Alter. Schlaffi. Fette Ben hat sich was dabei gedacht. Ja. Versteht noch keiner. Ich wär dann oben Schlaffi, oder? Schlaffi, Alter. Schlaffi. Das ist was geile bei YouTube, ne? Ja. Was denn? Irgendeiner hat Künstlers oder was? Ihr müsst euch das frei machen, wie man will. Ihr müsst euch echt Gummipuppe auf Desk 3 bei Bons auf dem Kanal gucken. Katja Krasowitsch auch immer, bitte. Boah. Boah. 5 Sekunden. Ja, das war mit Freiheit ein bisschen zu wörtlich genommen, meinst du? Die Idee der Ballons ins Bild gezeigt. Kannst dich frei machen bei YouTube? Ballons. Kannst dich frei machen bei YouTube. Aber eigentlich ja nicht, ne? Du darfst ja keine Nippel zeigen. Die Alter hat in ihrem Leben bestimmt noch nie gevögelt, Alter. Das wär krass, oder? Ja, ja, ja. Das wär immer ein Plotwister, Alter. Boah, das wär mega krass. Aber der Tobi, da schon mal dran war, weiß das ja. Boah, Alter. Ab in die Garage. Zack, um in der Höhe doch. Äh? Komm, nimm mal mit mir in die Garage. Was ist denn jetzt los? Hä? Na, der Curry war mäh. Ich war ein Loch. Hä? Was? Leise gespringt, Patrick. Ey, das muss ich jetzt noch mal. Die Sprengen hatten uns einfach abgehoben, ey. Das war ein Glückgänger. Okay, ich hab den Gang. Ah. Kann ich was aufmachen hier für dich, Curry? Ne, ne. Ciao. Ah, da ist einer, da ist er. Patrick, pass auf, da ist einer. Ja. Kannst du mal markieren, Curry? Ja, ich weiß nicht, wo der sitzt. Ich hab nur den... Der sitzt wahrscheinlich bei der Toilette, da wo Tobi immer sitzt. Ich hab nur den Laserpoint eingefallen. Ich hab ihn. Loll. Nice. Oh, Tobi. Sehr geil, Tobi. Das hat er nicht gewusst, ey. Hey, Patrick. Sauber. Wo sitzen die denn eigentlich hier unten? Was trångelig die Pipel? Ich spring rein, äh, Kevin. Jo. Ist da noch einer, Patrick? Du. Ne, keine Ahnung. Komm zu mir, Tobi. Komm zu mir. Okay, ich komm auch. Wo sind die denn alle? Wo sind die denn alle? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Warum, was? Warum sind die alle hier unten? Das frage ich mich. Boah. Pass auf, Pace, 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 Pace! Alle von unten! Der kommt von unten hoch. Der kommt von unten hoch. Tobi, du darfst den auch töten. Weiß ich. Ja, pssst. Hast du unten? Ja. Warte, Tobi, du warst so daneben. Ja, ich war aber noch weiter hinten. Ich bin nur noch einmal rumgelaufen. Hallo? Hier ist ein Frosch. Scheiße, ey. Einer ist noch, kommt. Okay, vor, vor, vor. Eine Minute. Hinkommt. Boah, was? Geisel gesichtet. Der ist im Schlafzimmer. Okay. Da, genau. 3, 2, 1, jetzt. Wahrscheinlich hinterm Schrank. Ja, ich wollte es gerade sagen. Links unten, Ben. Da, da. Oh, shit. Okay, komm von da, genau. Links. Ja, da, da. Schieß einfach mal runter, Tobi. Schieß einfach mal runter, Tobi. Der ist wahrscheinlich in den Schrank, wo Patrick immer hockt. Okay. Hm. 30 Sekunden. Nicht rennen. Bloß nicht rennen. Ja, nice, Tobi. Und jetzt da hin. Genau, nice. Drücken. Um die, um die Ecke gucken. Um die Ecke gucken. Ah, ja. Und jetzt, 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 jetzt. Schieß schon mal, schieß schon mal. Oh, nice, Tobi. Kann er nicht wahr sein. 10 Sekunden, 10 Sekunden, Tobi. Geh rein, geh rein, geh rein. Lauf links. Der ist rechts. Bleiben auf 5 Sekunden. Der liegt jetzt da, schießt. Ja, 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 ja. 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 Sehr geil, Leute. Da holt er den raus. Sehr geil. Boah, Tobi, Alter, ey, du hast mich platt. Guck mal, in der letzten Sekunde. Super, Leute. Komm, wir sind noch da, wir sind noch da. Das war, das war geil, weil du den vorher schon, äh, getroffen hast, weißt du? Ja, ja, ja. Das stimmt. Boah. Ey, da kriegst du mich, bitte. Kannst du dir echt ne flotte Wurst rein, Alter, ganz ehrlich. Ich hab grad die Hose geschissen, Alter. Ja, das passiert. Immer wieder Hauptstabzimmer, oder? Hast du in die Hosen geschissen? Nee, ich hab mir die Hose geschissen. Tobi sitzt wieder auf seinem Senf, Alter. Ist das jetzt 5 Meter höher, ey. Tobi, wir müssen nach Hause gehen. Schau mal, der Tobi kackt's auch mal so. Was ist denn jetzt wieder los? Okay, hier machen wir gleich die Tür zu, ne? Geht du wieder ins Ballzimmer, Tobi? Jo. Okay, nice. Warum holt der denn immer so rum, da, die Scheißgeile? Ja, schau, aber du bist von der Wo ist denn festgehalten. Ach, ist doch geil, Alter. Aber es ist eine Theorie. Es ist eine Theorie, es heißt Major, jo. Hier, genau, Patek, da kannst du schön zu machen. Da brauchst du kein Castle machen. Major würd mich wahrscheinlich tot diskutieren. Obwohl das gar nicht quatscht, Patek, das ist gut. Mach das gleich wieder hin. Ja, das muss ja irgendwie los werden. Machst du da hin und hier in die fette Tür, weißt du? Ach so, darfst du aber nicht rumheulen jetzt. Majorie, oder? Du rufst an den Major, den alten kleinen... Wo ist hier ne Drohne, Leute, hier irgendwo? Guck mal bitte. Bäm, nice, Patek. Okay, ich bleib im Zielraum. Mit Patek. Kann ich die auch da oben dran wirken? Okay, ist schon Action. Tobi, äh, Patrick ist da hinten in den Raum? Durch Rahmenzeit. Der Tobi ist wieder im Badezimmer, ne? Der Heere Sniper, Geist. Der Heere Sniper. Okay, dann sollen wir den Sniper Schoss. Ist hier grad einer in der Nähe, Dennis? Ich guck mal, Kameras, warte mal, wenn? Oh, die haben schon viele Kämpfer. Garage kommt einer! Garage kommt einer! Garage! Nice, nice. Patek, ey. Irgendwo im Kinderstab, oder? Ja, ist klar, deine Mutter, ey! Was? Okay. Patek, Entschuldigung mal bitte, ja! Das kennt man von dem ja gar nicht solche Töne, ey! Kinderzimmer! Oh du, jetzt glaub ich drin. Ich hab ein Kinderzimmer. Ich hab ein Kinderzimmer. Ich hab ein Kinderzimmer. Ich sag mit den gelben, äh, äh... Ben, du bist ein Monster! Oh, der Sniper! Der Wichser! Der, Mann! Wo ist der denn? Baumhaus! Äh, der hängt sich von, von dem, von dem Geländer runter. Außen. Wo das Baumhaus ist. Okay. Da sind jetzt noch zu viele, ne? Seid da, ist noch jemand im Raum drin eigentlich? Ne, ne? Ne. Das ist nicht gut, oder? Die können die Geisel halt wegnehmen, ne? Naja, eben. Hey! Tobi! Pass auf mit dem Loch, Tobi, da wo ich gekillt. Ja, ja. Ja, genau. Okay, die Schwenker sind bei der Geisel rein. Geh links zum Bett, links zum Bett, Tobi. Mach Spitzenwinkel. Links. Nein, nein, nein. Weiter vor. Wegs um das Bett. Da kannst du direkt da reingucken. Pass auf. Genau, von da... Weiter links, Tobi. Weiter links, 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 links. Nein, lauf nach links. Ja, ein Obmann! Genau. Guck mal, da kannst du da jetzt... Ey, der Blackbeard ist fast tot gewesen. Ich hab so viel auf den Reihen gesprayt. Oh nein, ey. Lamellenfenster gegen Blackbeard. Lamellenfenster gegen Blackbeard. Oben, äh, Bronz, links, ist gelaufen. Ja, da ist auch einer! Nice. Bronz, hast du gehört? Lamellenfenster, Blackbeard, ne? Boah, ein Wichser, Alter. Boah, ein Wichser, Alter. Boah, ein Wichser, Alter, ey. Schau. Und, ja. TF muss er wieder rocken. Keine Wurst. Ah, das macht er. Handy hat überhaupt nichts gebracht, jetzt. Das Castle. Alter, genau. Weißt du, Tobi, bleibst du das? Ist gut. Badezimmer. Nein, der Baderwanderer. Schieß! Schieß! Schieß, Tobi! Geh runter, geh runter, geh runter! Ganz links, ganz links! Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig! Da, Mann, Blackbeard, geh weg! Da, da, am Fenster! Der muss rein kommen! Bleib, bleib, bleib links, nein, Tobi! Bleib ruhig, nein, ich geh! Ja, jetzt siehst du aber nicht, wann er reinkommt, das ist Scheiße. Aber der hört's doch ruhig! Der hört das. Ja, aber dann kannst du direkt abballern. Herr doch ruhig! Nur noch fünfzehn Sekunden. Herr kommt, Tobi, er kommt. Nein! Jawoll! Was ist der mit ihm, Alter? Aber wie? Erst holt er vorne ein, dann holt er rechts ein und vorne wieder ein. Ey, wir müssen nur Vertrauen in TobiNator lassen und spielen setzen, Alter. Ey, dann ist ne... Tobi, das ist der richtige Kampfwurst, der kleine, dicke Wandel. Boah, TobiNator. Boah, lang genug scheiß Gameplay geliefert, ne? Da kann man ja auch mal wieder gut spielen, ja. Ja, wir haben auch manchmal echt ne Kacke gespielt, ja. TF, Alter, das... das ist immer ein Junge, Alter. Das ist immer ein Junge, ey. Darfst du denn da ein Junge, Alter? Boah, siebenmal jetzt, Tobi. Was ist da los? Ah, Alter. Schön. So lobe ich mir das, Männer. So lobe ich mir das. Wir kommen wieder zurück, die Schildes, ey. Siehste? Wir brauchen immer nur einen, der richtig abgeht in der Runde, dann ist alles gut, ey. Ja, ne? Am besten Bronzebeer, okay, Bernd. Ey, am besten Bronzebeer 2-3. Transformation. Heidelberg brauchen wir. Heidelberg, Alter. Ey, der fliegt über das ganze Spielfeld, ey. So, ok, unten ist nix. Ne, Garegi ist frei. Die sind, glaub ich, äh, Billard. Aber, äh, 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 ne, ich, ja. Oben sind so auf jeden Fall. Ach, das ist doch scheiße. Ganz oben, okay. Naja, wir müssen wieder schlafen. Ne, Billard ist sauber, Billard ist sauber. Ja, ganz oben. Ganz open. Okay, die haben hier die Klappe weggemacht, da können sie direkt runterjumpen. Also, sie können recht gut die Etagen switchen, da müssen wir aufpassen. Vor allem recht schnell. Klavier haben die wieder, Klavier haben die wieder. De, de, de ne, de, de, de. De, de, de. Nochmal markiert Curry. Der hat so ne geile Maske, ey. Ja, ne, so ein x, so ein blaues, ne. Ja, ab geht's, alright. Jetzt müssen wir euch was sehen los, wenn ich, äh, starte, ey. Passt aus, nicht, dass du aus dem Fenster raus fallern. Ab geht's, man. Wo geht's lang, Curry? Wo gehst du rein? Die Kamera hast du. Ich wollte mich hier runterhängen eigentlich. Okay, mach das mal. Oder ich mach Lamentenfenster. Komm mal durch den Keller. Ich meine, da hab ich grad einen gesehen, Jungs. Ich hau mal ne Kamera rein. Warte, 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 warte. Gib mir eine Sekunde. Geisel in Sicht. Harte. Ja, 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 er sitzt da, er sitzt da hinterm, hinterm, äh, hinterm Bett. Hinterm Bett. Ja, er spielt zu machen. Hä? Krass. Von wo? Von wo, Tobi? Der sitzt auf dem Bett oben. Aber im großen Schlafzimmer, nicht im Kinderschlafzimmer. Ey, da wo die Geisel ist, da wo die Geisel ist, ja. Oh nein, Dennis. Also quasi die rechts neben dir den... Direkt rechts neben dir auf dem Bett oben drauf. Warte, 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 ich blende den Patrick. Keine Ahnung. Boah, scheiße. Treppe. Warte, 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 warte. Ich komm mal hin. Ja. Okay. Nein, ich mir das Bescheid. Oh fuck. Okay. Wie lange ist das jetzt eingeblendet? Ja, das ist gleich irgendwie kurz. Nein, ja, ist klar. Bleib auf dem Dach, bleib auf dem Dach, ey. Ja, zu spät. What the fuck, Alter. Haben die genutzt. Krass, ey. Kavira ist... Also wenn die einmal einen kriegt, dann ist die echt Gold wert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist halt ein Gold-Moment quasi, ne? Hm, klar bin. Nö, Patrick. Oh, pass auf Kevin. Also Tobi hat's eben vorgemacht, ne? Hm. Ja, aber mit drei. Ja, aber das ist Kevin hier, ne? Du hast 55 Sekunden für fünf Leute, go. Okay, jede zehn Sekunden ein Curry. Wenn das schafft, gebe ich dir 1000 Euro. Ja, natürlich. Glaub ihm das nicht, Curry, ja. Ah, das ist... Ich schaff's ja nicht. Ich hol die Geisel. Das ist aber schönes... Schönes Meer dahinten. Unter dir, Curry, unten! Unten! Da liegt doch einer, links, links! Ah ne, das ist... Oh Gott. Boah, ich hab schon Hallos, ey. Auch nachts immer, ne? Wenn du aufstehst. Ich glaub, Kinderschlafzimmer ist einer. Du musst Curry. Es bleiben noch 15 Sekunden. Es bleiben noch 15 Sekunden. Oh, was? Es bleiben noch 10 Sekunden. Nice, du musst rein, du musst rein. Ahhhh. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ahhhh! Ah, nice! Passt noch geschafft, ey. Dieser Maximus-Typ da, der hat doch jetzt auch schon... Hat der jetzt alle geholt gerade, ne? Ne, ne, der hat nicht alle geholt. Das wäre wie hingefallen, Meer, ey. Das liegt ja wie im Stück Scheiß hingegen, ey. Das müssen wir aber echt... Ruhe bewahren, ey. Verteidiger jetzt, ne? Ruhe bewahren, ey. Okay, ich mach mal einen Puls, mach mal Puls. Hä, was ist denn schon wieder los, ey? Was sagst du noch? Was sagst du noch? Wird sagen, äh, Arbeitsraum, oder? Na klar! Oder das, was wir kenn... äh, was der Ben nicht kennt. Oder? Hey, Leute. Ach, mein Brüningsterns. Oh, ne. Arbeitsraum, echt? Komm, wir haben eine eigene Hand, ey. Wenn wir mit dem, äh... Hm. So. Boah. Okay, ich kann beide Fenster up-safen. Wir werden das hier wieder so machen, dass, äh, ihr ins Badezimmer rübergeht. Dann habt ihr damit ein Fenster im Blick, ne? Dann können wir die von beiden Seiten flankieren. Frankieren? Lass das mal passig. Mach mal, mach mal da keinen. Mach mal da genau. Hier auch? Soll ihr hier Wand hin, oder was soll? Ja, mach mal was. Hey, hier kannst du ruhig zumachen. Ja, klasse. Alles zumachen. Wurscht! Du, der 7-2, Alter, ey. Komm, Leute. 2-3, Alter. Da war noch nichts am Ende hier. Soren, Alter, danke für die Aussage hier. Nicht weg, Sam. Kann ich die Tür jetzt auch zu müssen? Warte, 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 warte. Nee, nee, mach nicht zu, nicht zu. Ich will das noch benutzen. Ich will das noch benutzen. Wir müssen hier hermetisch abregeln, Nala. Warte, das Fenster mach ich jetzt nicht mehr auf. Das wird schon mal passiert, da bin ich sofort erschrocken jetzt. Ja, jetzt ist zu spät. Na ja, Kamera, überfragt. Ja, da kommen die Egle, Leute. Da müsst ihr direkt ab, eh, mir. Hat jemand eine Art zu gehe, ey, ey. Dann geh mal hier ans Fenster oder so. Gucke, ich gucke. Oh, der ist der Sniper. Der ist auch im Schlüssel. Der ist wieder im Baumhaus, oder was? Ja, ja, genau. Wo ist das Baumhaus von hier? Hinter, ähm. Kinder Schlafzimmer geht's ab. Hinter dir, hinter dir links. Ich behalte ein Männchen vor. Wie gesagt, Kinder Schlafzimmer ist Action. Ja, Monster, ne? Ich halte meinen Blick auf Kinder Schlafzimmer. Ich bin im Kinder Schlafzimmer. Echt? Wie denn das? Ja, okay. Boah, hier ist Gift scheiße. Nicht da reinlaufen, Tobi. Nee, nee. Hast du, hast du, äh, Lamentenfenster im Blick? Ich? Nee. Lamellen, Dings. Kannst du mir nicht erzählen? Dieser Franzmann, alter, ne? Geh ruhig beim, go, go, go. Er kommt ins Fenster. Hier ist er. Okay, Monster musst du gucken. Dieser Typ, alter. Ich, 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 geh mal hier. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Okay, einer ist im Treppenhaus unten. Wo ich stehe, Dennis. Vielleicht siehst du. Hmhm. Achso, Dennis ist unten, okay. Der ist hier, ähm, an der Treppe direkt. Wo ich stehe. Ah, da ähmt einer ab. Ich kann nicht reinkommen. Hätt gerade jemand was aufgeschossen, Dennis. Unter mir. Okay, der kommt, kommt voran, kommt voran. Einer ist in der Falle, einer ist in der Falle. Zwei Leute. Einen habe ich, einen habe ich. Noch einer oben, noch einer oben direkt bei uns. Unter mir, Dennis. Vorsicht, hier ist keiner reingekommen. Ruhig, 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 ruhig. Wo ich stehe, der steht hier. Hier kommt auch einer, Vorsicht. Hier, Hauptstoffzimmer. Geht jetzt ins Badezimmer. Okay. Der hat Bronze, ne, Bronze hat er nicht. Okay, Dennis, langsam, langsam. Jetzt, ein bisschen schneller. Muss jetzt langsam hoch. Da ist aber keiner, ne? Der ist jetzt im Flur. Der ist im Flur. Ich bin tot. Der kann von der Küche, der Dennis getötet hat. Fehle Information, aber egal. Hauptstoffzimmer. Kommt einer, Hauptstoffzimmer. Es war keine Fehlinformation. Achtung, bei euch kommt einer. Ihr müsst auch eine Tür überwachen. Jetzt kommt da, hier ist er. Der liegt in der Sprengladung bei Payset. Achtung, Achtung, Patrick. Spreng jetzt auf. Ich glaub, der ist ins Kinderschlafzimmer gegangen. Achte auf den Sniper. Achte auf den Sniper. Da hinten ist er. Oh, fuck, Alter. Ja. Warte, nicht facen. Geh lieber in die Ecke und warte. Besser wegen. Ah, shit. Vom anderen Fenster kommt er auch. Achtung, Patrick. Der kommt rein. Das kann nicht sein, Alter. Der Typ ist auch... Der ist so imber. Ich hatte den auch schon angeschossen. Ich auch. Das ist der größer, ne? Das kann doch gar nicht sein, Alter. 11-4. Ja, Respekt. Der hat's einfach gemacht, ey. Schade, Leute. Ja, machen wir beim nächsten Mal besser, Leute. Aber wir haben gekämpft wie Tischer. Ja, immer. Wie immer. Vor allem Tobi, Alter. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Rainbow Six Siege. Die gibt's dann übermorgen immer um 17 Uhr oder um 18 Uhr. Wenn ihr wollt. Ja, schade dann beim Girl, beim Tobi, beim... Payset, ja. Moit, tschüss, Moit.